So, wir sind jetzt hier am Nil. Hier sind kleine Boote, mit denen man fahren kann. Und da ganz da hinten seht ihr die Nilkreuzfahrtschiffe, die hier anliegen. Und wir gehen jetzt auf so ein kleines Boot hier und werden den Nil überqueren und werden dann anschließend zum Mittagessen gehen.